Dieser zur Miete angebotene gut gepflegte Laden befindet sich in Kastrop-Rauxel. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Auf einer Gesamtfläche von ca. 4232 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 1198 Quadratmetern auf. Der Laden wird für monatlich 7400 Euro vermietet. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.